Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema ImageMagic Bilder mit Text erstellen Teil 2. Im ersten Teil kam die Option Background, Fill, Font, Point Size und Label zur Sprache, um einfache Bilder mit Text zu erzeugen mit dem Tool Convert von ImageMagic. Und zwar Enter und schon gibt es hier ein Bild mit der Größe 556 Pixel x 241 Pixel mit dem Text Hallo. Die Schriftarten werden aufgelistet nach der Eingabe Convert-List-Font. Und nun im zweiten Teil möchte ich weitere Optionen vorstellen. Zum einen die Option Minus Size. Mit Minus Size kann ich die Bildgröße bestimmen. Zum Beispiel hier 200 x 200 Pixel. Enter und ein neues Bild ist da. Und hier sieht man schon, dass die Schrift, also der Text hier drin gar nicht mehr zu lesen ist. Es ist nur noch ein H zu sehen. Um nun einen Zeilenumbruch zu erzeugen, kann man in dem Text ein Schrägstrich N einfügen. Das ist dann ein Enter, ein Zeilenumbruch. Also hier Backslash N. Einfach Enter und fertig. Und das sieht man hier kaum, da die Höhe noch irgendwie schlecht ist. Aber wenn man hier zum Beispiel vorne den Teil weglässt, die Breite, wird die Breite automatisch erzeugt. Lässt man die Höhe weg, wird die Höhe automatisch festgelegt. Zum Beispiel so. Und jetzt müsste das H und das A zu lesen sein. Genau, AL. Außerdem gibt es noch die Option Caption. Label ersetzt man einfach hier durch Caption. Und dann passiert der Zeilenumbruch automatisch. Das Schrägstrich N kann ich hier wegnehmen. Und Enter. Und jetzt müsste alles zu lesen sein. Hallo. Genau. Und jetzt verändere ich noch mal die Breite. Zum Beispiel in 800 Pixel mal unbekannt. Und dann gibt es ein normales Hallo. Zum Beispiel auch noch höher. 500 Pixel. Worauf ich hinaus will, ist die Option Gravity mit minus Gravity. Center kann ich den Text zentrieren, sodass der Text dann in der Mitte erscheint. Hallo. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf Caption Doppelpunkt Add hinweisen. Nach Add kann ich eine Datei hinschreiben. So wird der Inhalt einer Datei, das wäre hier jetzt mal als Beispiel Info.txt, der Inhalt wird dann in das Bild geschrieben. Also einfach Dateiname, da es im gleichen Ordner ist. Info.txt Und so sieht dann das Bild aus. Das ist auch noch nicht die richtige Höhe. Die lasse ich hier auch einfach mal weg und Enter. Und das ist dann der Text. Text aus der Datei. Das war User Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück.